Wegen des möglichen Fidesz-Ausschlusses aus der Europäischen Volkspartei besucht EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber am Dienstag Viktor Orban in Budapest. Das teilte ein ungarischer Regierungssprecher mit. Der EVP-Vorstand wird nächste Woche über den weiteren Umgang mit Fidesz entscheiden. Am Ende könnte wegen nationalistischer und EU-kritischer Positionen von Fidesz ein Ausschluss aus der EVP stehen.